Es war ein ganz normaler Nachmittag und der Inspektor saß in seinem Büro und prokrastinierte, als auf einmal das Telefon schellte. Ein Informant rief an mit Information, zu einer ganz gewissen Person. Bob von Özi ist abgedaucht und einer der Leichen hieß seine Frau. Und es steht ein Gemälde an der Wand. Vielen Dank, sehr interessant. Ja bitte wusste es ganz genau, das Gemälde ist 5 Sterne mit V. Obwohl es kaum irgendjemand gefällt, seit gestern das teuerste Bild der Welt. Da steckt doch wohl noch mehr dahinter. Das sieht so wie ein Blinder. Am Tatort zwei Nackte im Akte vereint. Ein Eifersuchtsdrama, würde man meinen. Wer erschutzt das Liebespaar? Der Schmutzrand vom Bilde überm Kamin lässt ja bitte ganz andere Schlüsse ziehen. Das Rätsel vom Verbleib von Baron löst ein Druck auf die Wahlwiederholung. Herzlich willkommen bei der Ticket-Hotline von Burningham, dem Kunst- und Angrillfestival. Na bitte, auf geht's zu Burningham! Jetzt ruft doch mal den Inspektor! Inspektor! Den Inspektor! Den Inspektor! Ja bitte! Ruft doch mal den Inspektor! Den Inspektor! Den Inspektor! Den Inspektor! Ja bitte! Fein, Feuerschurre Die Lipputaner Sleuderblattruppe Auf Drehenden Rosten rotieren die Ochsen Du kennst das Bassdrum, rasiert die Boxen Die Rapnecks bohren am Boombox-Grill Hippie-Girls nehmen bunte Pillen Es gibt Fleischskulpturen, ein Bodybuild Kunst, oh, mass aus, was man will Hoch oben thront am Firmament Der hölzerne Schinken, der am Ende verbrennt Eine Sosa-Sound mariniert die Massen Ja bitte sie döse und kann es nicht fassen Der Bondage-Baron in Latex gegossen Hat gerade sein schaumiges Kotbart genossen Ja bitte erschrocken, was für ein Schock Wird da niedergestreckt von nem Schlag aufm Kopf Ja bitte, aufwachen Der Inspektor befand sich in misslicher Lage Er war in einem dicken Segeltau eingewickelt Und lag wie eine Raupe am Boden Im Bauche des hölzernen Schinken Über ihn gebeugt sein Erzfeind Schraubstock, Kalle Kalle? Was machst du hier? Dich nochmal sehen, bevor du verbrennst Endlich! Ich habe gewonnen Und mit dem Silium-Code aus dem Bild rausgebügelt Gehört mir die Welt Ja bitte, aufwachen! Ja bitte, aufwachen! Ja bitte, aufwachen! Ciao! Ja bitte, aufwachen! Ja bitte, aufwachen! Und mit dem Silium-Dimension ist unangreifbar Ja? Unangreifbar Ja! Unangreifbar Der Schlüssel zur Tür Ja bitte, tritt ein Jetzt sind wir zu viert Die drei angekennet Die Welt ist gerettet Ja bitte, hat's wieder gelöst Das Bild noch verbrannt Runter zum Strand Und dann bis zum Mittag gedöst Jetzt ruf doch mal, DeR ispektor Inspektor! DeR ispektor, DeR ispektor Ja bitte! Ruf doch mal, DeR ispektor DeR ispektor! DeR ispektor, DeR ispektor Ja bitte, ja Vielen Dank.